Hallo und willkommen zurück hier bei den schreienden Felsen. Irgendwo, irgendwer schreit jetzt die ganze Zeit. Mit dem Osti. Hey, Moinsen. Wir müssen jetzt nämlich erstmal den Zerko abgeben, weil findet den Höhlengang. Das muss raten im Sohn uns. Hey Zerko, komm. Komm, Zerko. Moin, tut doch. Ähm, Alter. Was ist hier los? Die machen eine Action hier, he? Hier ist ja absolut Terror. So. Übrigens, du kannst durch die Lara durchlaufen. Okay. Ja, das raten im Sohn. Ist das das da? Hä? Nee, wir müssen doch ganz woanders sind. Wo ist der Missraten im Sohn? Na, wir müssen jetzt ganz woanders sind. Guck mal auf der Karte. Du Lauch. Ähm. So, der Missraten im Sohn? Nee, warte mal, hä? Ja, ich hab mir... Nein, warte mal! Jetzt, warte, ich war auf der falschen Quest. Hätte ich mir gerade die Quest zerlegt. Ja, hier hoch. Ja, genau. So. Mensch. Sag ich doch. Na, äh. Na, ich warte mal. Ich guck mal auf der Karte. Och. Findet den Höhleneingang. Ach, das ist ja... Wie das? Ja, pfff. Easy going, Junge. Komm. Los. Durchgestartet. Ich, äh. Ich seh irgendwo... Hier, guck mal hier. Hier ist ein Skorpion, guck mal! Ah, ah, ah! Höhleneingang gefunden! Betretet die Höhle. Ich bin drinnen! Ja, ich hab sie betretet. Ich geh jetzt einfach aufs Blau, oder? Immer rechts rum! Ha! 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 Der Dummchen. Der reißt immer ein paar Witze. Ich hab nur mal gesehen. Wissen hier, gibt's hier irgendwas? Ach, Dummchen, warte mal. Ich, äh, warte mal. Ich, äh, ich, äh... Muss erst mal kurz... Kannst du zaubern? Dann kannst du es drin. Leider, von dir schon mal. Ich hab vorne anbauen. Dann geh ich damit. Da vorne, siehst du. Oh, hier sind noch mehr. Warte mal! Ich muss noch treffen. Ja, scheiße, ne? Da sind mehrere. Bei, ich geh nehm den hier oben. Ey, Lauch! Na du, das Vieh bringt da hier gar nichts. Ich hab, ich hab hier einen weggenetzt, schon mal. Naja, ich auch. Jetzt müssen wir noch hier, das Buch lesen. Benutzen. Noch noch mit, äh... Keul reden. Kannst du irgendwas? Na, ist dir nicht noch irgendwas zum Luten, zum Metzeln? Ist doch langweilig. Ist doch ein bisschen langweilig. Jetzt ist doch noch schwerer Sack. Wir gucken mal die Toten an hier. Guck mal, wie die da liegen. Dö! Alter, ne? Guck mal! Die hat einen bestimmten Erfüllten. Ach, was? Kann, kann man noch? Ne, kann man nicht drauf einsparen. Bücherregal durchsuchen, alter! Kommt, alles vorlesen, alles vorlesen! Ja, du kannst mich mal... Ja, ganz, 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 ganz diskret kannst du mich mal... Weißt du, damals war dumm was, hast du dafür Erfolge gekriegt. Aber wenn du besondere Bücher lesen, das ist alles scheiße. Naja, ja, ja. Bei den ganz alten... Äh, alter? Alter, was? Wurmkult-Brandstifter. Was? Hurenkult? Ja, ja. Das ist scheiße. Da sitzt du. Trotz was gucken... Ich hab hier grad eben umgeboxt, Junge. Also? Ja, ja. Der Babysitter-Brandstifter. Tja, keine Ahnung. So, jetzt müssen wir auch wieder mit Furo und Rie sprechen. Mit Fufo. Alter, hast du... Ich hab da vorne auch dran... Ich hab... Ich denk grad an diesen Joghurt von früher. Ja, ja. Ja, ja. War sau lecker. War sau lecker. War sau lecker. Alter, die... Die... Die Schoko-Teilrad fand ich aber geil. Mir gefällt euer Gesicht... Ja, Ufer. Was habt ihr in der Höhle gefunden? Oh, Jelte kriegt... Höh! Geil! Die sind hier vorne gleich nächster Quest, alter. So, jetzt brauchen wir eine Quest, oder? Ja, Mann. Sie wollen das noch nicht drüben machen. Hier, X-Ura. Hä? Wo? Was? Ja. X-Ura. Stufeaufstieg. Ui, warte mal. Warte mal. Erholung? Bäm! Waffe mit Schild? Auf was bin ich denn vorhin gegangen? Ich weiß es nicht mehr! Ach, hier. Kraftstark. Elementare Wand. Nice! Ich hab langsam so viel Zeug, ich weiß gar nicht mehr, was ich aussuchen sollte. Warte mal. Ich hab ja schon mal ein Level hoch. Krass das scheiße. So geht razzi-fazzi hier, ne? Sag! Und wie bei Assassin's Creed, da dauert es Ewigkeiten und dann geht es nur bis Level 40. Kann ich schon mal was machen? Nee, nee. Keine Fähigkeitspunkte, keine Fähigkeitspunkte dafür. Mann, 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 Mann. Ähm, wo wollen wir eine Queste annehmen? Haben wir nicht doch was? Bei mir steht nur noch die Zuflucht und äh... Haben wir noch Seelenraub und dann kann ich auch nicht teilen. Das ist doch ein anderes Ding. Ja, ja, das ist... Ne, wir brauchen eine neue Queste. Das sind das, was ich machen muss, wie du aber nicht dabei bist, wirst du? Wir reden mal mit, äh, Tanwal Induril. Hat der Lust, Rat? Ah, ihr schon wieder. Hat der? Okay, der hat nischt. Guck mal, wir könnten, ich sehe, irgendwann da hin. Da, guck mal, in diese Richtung. Sehe ich einen schwarzen Teil nach unten. Ach da, ne, guck mal, sicher, ne, freilich. Guck mal, da hin. Da gibt's noch ein bisschen Kohle. Yeah. Immer ran mit dem Schund, Junge. Ach da, da ist er. Guck mal, da ist er. Diese verdammte Echse. Ich erinnere mich daran, dass ich... Wie ich schon sagte, ich war Jagd. Er ist ein guter Freund. Hab Dank. Das ist... Sie sind alle gesund und mund... Ich habe nichts durchgelesen. Was steht um? Sucht. Schicksal des Freundes. Ja, das ist ja. Ach so, ne, ich habe das Schicksal des Freundes sucht. Ja, habe ich. Also, ich bin einer, wenn ich die Kräste anguckt, oder wie? Naja. Guck mal, guck mal, guck mal, ist das hier. Nix und... Hat er nichts von? Ein Panzer. Ein Panzer. Ein Panzer. Sehr zu mega. Aber ein weites Feld. Wie weit ist das? Guck mal auf der Karte, warte mal. Ach du Scheiße, guck lieber nicht auf der Karte. Guck. Guck lieber nicht auf der Karte. Guck lieber nicht. Guck lieber nicht. Was ist das hier oben? Auf der Karte. Felsen. Guck mal. Was denn? Was ist denn das? Was da vorne? Ne, hier. Hier, wo ich bin. Alter, was denn das? Guck mal. Sehst du? Sag mal. Was ist denn du? Oh. Ich bin gefallen. Wie sollen wir uns alles hinkommen? Hoppla. Oh. Hab ich umgebracht. Immer rein. Alles klar. Wir haben die Fürsten entdeckt. Oh mein Gott. Kröter. Müssen wir uns über den Berg drüber oder? Wir gehen lieber rum oder? Was sagen wir gehen rum? Wir müssen zu heiß da. Gibt es hier auch Drachen? Ich kämpfe. Womit denn? Wo bist denn du? Na hier. Mit dem Schröter. Schröter. Ach da wo? Na. Hä? Käferbeine nehme ich mit. Hä? Worum gehst denn du? Oh diese Kiste. Warte mal. Wo bist denn du? Ja. Ach da um. Ich auch da. Ich seh tschau. Alles klar. Ja. Ich funke in der Kiste rum. Ähm. Das kannst du auch machen. Und zwar ist das der Kronenjob. Also. Also. So. Warte mal. Jetzt habe ich das Ziel verloren. Hä? Ach da. Oh. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Na im Götze. Ach. Der Mia. Das ist nicht lustig. Das wird Ewigkeiten dauern. Ich gucke gerade. Nee komm lass mal hier lang gehen. Ähm. Alter. Was ist denn das hier? Ja. Ja. Ach. Komm die knack mal. Vampirfrost mag hier rin. Öffts mal Junge. alter alter pfuch der Mie geh mal ein bisschen ach ne du bist noch aufgeladen unterhauts doch also die haben sie ein bisschen in sich gell uah was war das uah alter ich mach hier kaum damage an der warum die ene hat uns doch geholfen und liest jetzt im buch dankeschön ja ich auch na du hast es abgebaut das kann ich nicht mehr nehmen ich nehme dafür die blumen hier mit hier gucke ich bin mag ja ich brauch blumen ach so jetzt hab ich dich gar nicht mitgenommen warte mal ach komm scheiß drauf renn den mit den Affen hinterher ach ne ist ein Hund oder ein Fuchs oder so was so wir müssen aber hier rüber ach austauschen mit dem Arsch ach alter so ja bittel xp mitnehmen ja gell oh ja du Kleiner hat was fallen lassen da läuft jemand mit uns hey 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 ich erinnere ach was geh lang geh lang geh lang geh lang geh lang geh lang hier ist eine verbrannte Kiste ist so scheiße drin alter alter was sind das für eine kacke ach was denn du da krasser shit junge ja der ist aber noch so ein vieh ne pass auf hat er denn ich weiß es nicht schatten 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 hier hinten der Typ da macht ich mach mal mit den Typen hier kurz das Vieh kalt da waren wir da waren wir da waren wir da waren wir Buch lesen ganz klasse ist voll mein Ding hier noch gleich untersuchen mit Deutsch nehmen wir haben Deutsch so haben wir in Deutsch uralte Schriften also ich bin jetzt so viel schlauer das ist krass was hier drin steht der ist der Hammer jo fast durchsuchen oh Weizen schwerer Sack hallo 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 mal ab ich seh nichts jetzt ist jetzt hat der den Sack leer gemacht und ich komm nicht dran die Drohne alter ich muss immer teilen mit dir wenn wir hier zusammen unterwegs sind das ist nichts Kürbis ich krieg wieder die tollen Dinge ha 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 die tollen die tollen Dinge Kürbis ha 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 ich geh ich geh Jude sammeln ha scheiße hier ist schon wieder so ein Vieh ach die Ries brauchen ja nach ner Zeit ne die ganze Scheiße nur rinnen ja wir brauchen auch noch außen rum zu gehen so bummel nicht lange rum die Riesbohnen ich guck hier gerade die Riesbohnen ich hol mal das Eisen hier was hier vorne liegt so wo das hier bei mir hier in meiner meiner Dings hier drunter ne achso ich hab aber auch noch Sklavenhose die kann jetzt weg zerstören ja ja zerstören ja äh äh alles klar bis du hin nein was der Dolmen von Danseet uh alter was ach jetzt greift er das Vieh an ich guck gerade auf die Karte alter weißt du wie weit das noch ist du willst es nicht wissen guck mal auf die Karte da willst du mal hin ganz links so ziemlich erst mal da zurück zur Basis da und dann mal gucken ob wir da was finden hä ne jetzt gehts durch Junge aber wir sind da jetzt echt hin ja na freilich ich will Quester-Lädchen das Vieh Gas äh in die falsche Richtung ich hab Käfer mal in den was ist scheiße ich hab keinen bestimmten Krieg gewinnt alter was ist denn das hier sieht nach Mesh Alter guck mal hier gibt's was zum Looten Kartoffel ganz geil ach du scheiße ähm Tommi ja ich glaub das ist äh zu hoch das ist zu hoch tschüss lass doch lang gehen lass doch los alter guck mal ja nee das ist das schaffen wir noch nicht äh komm wir gehen schwimmen erstmal durchs Wasser ich bin eingeschossen hä wo bist denn du stell komm einfach abhauen einfach abhauen dit dit ist äh zu heftig alter alter ja ist der da da ich mal einfach hin äh der hat ne Quest der Typ hier nicht ansprechen ihr seid da es gibt viel zu warte mal warte mal warte mal warte mal da komm doch mal warte mal warte mal warte jetzt warte denn jetzt das ist die Nachricht für mich alter die haben alle Nachrichten für uns ja will du mit mir sprechen hat er auch ich habe eine Nachricht für euch es ist ein nein er will nur mit euch ja da will auch noch mit mir reden zack neue Quest so siehste aber jetzt jetzt wie war denn unsere Quest verraten wir das mal bitte Wissen zu Keule ja Blut und Sichel das Schicksal die gebrochene spricht mit bla 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 sprich welches ist es denn jetzt das Schicksal ist es Schicksal eines Freundes also ihr sprecht mit äh am Bahnhof hier sprecht mit nem Hof nahe Kragenmoor ja ja ok so wollen wir aber erstmal von hier erstmal haben wir noch 20 Minuten passiert dann ja du willst ähm ja 18 Minuten 19 Minuten ja ne kann ich mal kurz gucken kommst du jetzt da hin ne musst du dann das wäre ja ja das ist äh keine gute Idee nee ne ja ne so dann wird ich sagen erstmal bis zum nächsten Mal und dann geht unsere Reise weiter ja hier in die wir suchen wollen Yeah Keule alt und dann nochmal erstmal frei also bis dahin auf wiedersehen lass đ막una da ja und bis das nächsten Mal njud njudn Bis zum nächsten Mal.